... ... Oh, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Touristen, die auf Bali keine Maske tragen müssen, zur Strafe bis zu 50 Liegestütze machen. Alles klar. Irrra, lieber 50 Liegestützen als Strafe zahlen. Aber ich stell mal auf Fotoschaffst du nur 49. Oh mein Gott, was ist das?! Das ist belastend. Das ist belastend, Digga. Was war das? Kirsche? Kirsche und... Mango oder was das ist. Oh ja, Kugel. Kirsche, Orange, Apfel, könnte alles sein. Mhm. Kirsche, Orange, Apfel. Ja, ich stehe richtig. Ja, ich gleich richtig. Ja, ich auch. Gott, Digga. Ja, gut. Nein! Was war das?! Ich büsch dir auf der Banane, Alter. Links von mir ist Kirsche, Traube und Melone. Oh Gott. Traube und Melone, Kirsche, Banane. Traube und Melone, Kirsche, Banane. Traube, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Äh, Melone, Kirsche ist über mir. Melone, Kirsche, Traube, Banane. Melone, Kirsche, Traube. Oh Gott, Alter. Und Orange ist ganz oben. Reg Some, Dieß. Ja, okay. Hurry, ich stehe richtig. Nice. Jesse ja. 忘ure. Oh Gott. Digga? Kein Bock mehr. Hm-ache. Was soll das? Digga, das werde ich mir abspeichern, egal ob ich jetzt verkacke oder nicht. Aber so eine Selektion habe ich noch nie gesehen. Hey, und da kann ich nicht dabei sein. Was? Auf Gönnung. Nicht egal. Manchmal trage ich mich schon, warum spiele ich diesen Scheiß überhaupt. Für die Ehre des Suckerkranz. Jin Motherbuckin Goddamn Sakai. Ich habe es mit drei Misses zu tun. Mit drei ekelhaften Professoren. Das war wieder so ein Moment, weißt du, ich, innerlich heule ich wieder. Ich heule innerlich. Bist du eigentlich durch den, durch dieses Drehteil weggeflogen? Oder war das durch was anderes? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der andere ist hingefallen. Hat mich mitgezogen. Zack. Boom. Wegweil. Oh man. fan. Pfffú, halte. Ui, 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 ui. Hey, ganz ruhig. ja ich bin ja schon wird schneller wird musste aber ganz also muss ich sah die wand nicht mehr ja kommen wird einer von diesen professoren wo ich gar nicht weiter gucken wer von den platzen gewinnt ja es sind einfach mal nur insgesamt drei runden drei runden gewesen aber vorhin machen sie noch ein fach aufweist und finale ja aber vorhin haben sie noch beschissen so nach dem motto nee da kommt noch ein dieb spiel